Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Mario Kart 8 Deluxe auf der Nintendo Switch. Mit mir von der Game Pass als Hobby und die grüne Dame, die viel Glück sagt, die sie nennen. Die habe ich bei mir auf der Freundesliste auf der Nintendo Switch. Und ich finde es immer lustig, wenn man plötzlich hier mit Leuten zusammenspielt, die man kennt. Sie hat einen Kommentar bis jetzt hinterlassen auf YouTube, von daher viel kennst du sie noch nicht. Aber wir haben schon mal Pokémon Techniques miteinander gekämpft, beziehungsweise gegeneinander und hat eben hier miteinander gefahren. Und die hat die Leberfleckchen weggemacht bei ihrem Mii. Warum? Banana Head. Ah, nochmal eine schnelle Welt hier. Ach stimmt, die ist ja da vorn. Oh, Entschuldigung. Oh, das war auch wieder echt knapp. Oh, das war auch wieder echt knapp. Oh, das war auch wieder echt knapp. Oh, ist da weit vorn, der erste. Na, das wird schwierig, den zu kriegen. Oh, so wird sowieso schwierig. Sag mal. Das können ich doch nicht machen hier. Da fährt man so gut, weiß und dann sowas. Ja. Jawohl. Jawohl. Immerhin Zweiter. Ja. Dank dem blauen Panzer und meinem Pilz. Sehr schön. Da, sie nehmen. Die kamen gerade zu mir gefahren. 98.000 Punkte, ey. Alter. Der Banana Head, ja. Wirklich Bananenkopf. Aber sie hat es verstanden, wie sie nehmen. Sie hat jetzt gemerkt, dass diese Nachrichten an sie war, vorwiegend viel Glück und so, weil sie dann auch Danke sehr geschlagen hat. Sehr schön. Wenigstens kann man sich so ein bisschen unterhalten, das ist doch nett. Wenn es jetzt aber ein Problem gibt. Ne, gibt kein Problem. Okay, sehr schön. Ich habe schon gedacht, es gibt hier ein Serverproblem. Dann wäre natürlich der Fall gewesen, dass die Sinem wahrscheinlich wieder und ich getrennt werden hier in dem Spiel. Schon wieder FCO und dann auf 200 CCM. Oh mein Gott. Oh, das wird ein Spaß. Oha. 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 Oh! Das ist ja gar kein Pilz, das ist ein roter Panzer, okay. Ich muss mich das treffen. Was mache ich? Einfach mal nach hinten gucken. Hm. Wohooo. Nein, nicht doch. Zinem hat mich gerade mal überholt. Das gibt es auch nicht. Alter. Ich habe es weiter sein können. Scheiß blauer Panzer. So gut gefahren. Ganz ehrlich, also für 200 CCM bei so einer Strecke. Na gut, okay. Zinem, herzlichen Glückwunsch. Sehr schön. Mach mal echt Glück gehabt. Schön bespielt kann man leider nicht sagen, aber dafür schönes Spiel. 200 CCM kann richtig Spaß machen. Das ist echt schon cool. Ja, sehr schön. Hey, Zinem hat ihr Auto gewechselt. Okay. Gleicher Reifen. Gleiches Auto. Hat ein anderer Fahrer. Okay. Okay. Auch Vollaktion muss starten. Was war das denn jetzt? Ach so wird es mit der Auffüllaktion auf jeden Fall nicht. Boah. Knapp, knapp. Hä? Oh, Mann. Alter, was hier die Post abgeht. Das gibt es echt nicht. Boah, das war aber knapp schon wieder. Nein, Mann, vierter. Und Zinem ist fünfter. Direkt hinter mir. Sehr schön. Meine Fresse, nee. Geile, geile. Äh, geile Scheiße. Nee, ist wie... Entschuldigung. Geile Sache hier auf jeden Fall. So, je nachdem wie schnell es funktioniert, kann man noch eins oder sogar noch zwei Runden machen. Komm, wir machen noch zwei Runden auf jeden Fall. Hurra. Es war ja schon ziemlich schnell und viel passiert. Zum Glück nehme ich das Ganze jetzt auf 2K auf, weil dann sonst hätte man wahrscheinlich überhaupt nichts erkennen können. Sowohl bei der F-Zero-Welt, bei 200 CCM, als auch hier eben gerade, nicht? Schon wieder. Schon wieder so eine F-Zero-Welt. Big Blue. Okay, als vorletzte Strecke Big Blue, alles klar. Danach muss ich leider auch wieder aufhören mit meiner Aufnahmesession. Nur zwei Teile. Aber morgen Abend geht's weiter. Beziehungsweise für euch. Gestern Abend. Oh, scheiße. Scheiße nicht. Ja, was soll ich sagen? Aufrollaktion? Ich weiß ja nicht. Ja. 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 Alles in der Elbe, Entschuldigung. Ja. 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 Warum von einer Kugel wie die auch erwischt? Nein! Unfassbar. Eieiei. Mein, was für eine Runde hier. Oh Mann, so leid es mir aber auch tut. Wie gesagt, es kommt jetzt die letzte Runde dran und dann muss ich hier leider aufhören. Ich muss noch andere Sachen erledigen. Schade. Was machen wir jetzt? Komische Gestalten hier manchmal. So, was kommt als letzte Welt dran? Diese Dschungelwelt, wie hieß nochmal? Steinblockruinen. Okay, letzte Welt, Steinblockruinen. Mal gucken, wie weit wir es schaffen. Hoffentlich werden wir noch ein bisschen besser hier. Also sie nehmen, du fährst aber echt gut, muss man sagen. Ja, wird wieder getroffen. Ich. Aber natürlich. Mein Lieblingsabkürzung? Ha, ha, hat funktioniert. Huuu. Ab aufs Gras. Huuu. So gesehen, meine Nintendo Switch-Freundin. Sag mal, wieso kommt der blauen Panzer der Erdkürze entlang? Bestimmt, war ich da war. Die Sachen verfolgen mich. Ich krieg noch ein Verfolgungswarn hier. Ich. Sag mal. Der Verfolgungswarn ist berechtigt hier im Spiel. Ich. 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 In der Luft. In der Luft wird ein Panzer zurückgeschossen und trifft mich sogar. Das gibt's ja nicht. Ein letzter. Oh mein Gott, sie nehmen. Gut gefahrene, klasse. Aber ich bin irgendwie so ein Panzermagnet. Irgendwie trifft mich alles. Okay. Tja, Leute, das war's mit Mario Kart 8 Deluxe heute leider. Leider. Tschüss, sie nehmen. Es tut mir leid, aber schön, dass du dabei warst. Danke fürs Spielen. Und tschüss. Und ja, das war, wie gesagt, Mario Kart 8 Deluxe auf Nintendo Switch mit mir von euer Gameplassers Hobby und sie nehmen. Bis morgen. Und dann bis zum anderen Let's Play. Auf jeden Fall viel Spaß noch. Tschüss. Tschüss.